Hi Leute, Willkommen zurück bei Tales from the Borderlands. Wir sind hier stehen geblieben, dass Sascha und Fiona jetzt auch noch ein Old Haven fahren mit ihrem neuen Geschoss. Und ja, mal schauen. Piss auf, da fehlt noch ein S-Kumpel. Na ja, Tina war's nicht, maybe we should loader. Ja. Ja. August. Wahrscheinlich August. Der hat uns ja überrumpelt. Das würde mich schon mal interessieren, mit August. Was? Wie der überhaupt da erfahren hat, da hinzukommen? Oh, sieht aus wie... Atlas. Haha. Ja, ich bin auch so dumm. Hahaha. Das ist das Atlas sein soll. Bei Atlas. Wow. What the heck? Was ist hier bloß? Was ist hier passiert? Primes und Lance. These guys are serious badasses. This is Athenas Handwerk. Starting to think we might have just gotten lucky with her back there. Ah. Oh, das ist nicht gut. Was werden wir tun? Oder du sterben. Wie einfach. 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 Wie haben wir hier. Wie einfach. Rhys und Vons. Neue kleine Spielmanns. Das ist richtig. Ich denke, wenn du mir eine Kugel hattest. Hey, August. Schau. Die Stecken und in der Decke. Oh crap. Vasquez. Bond. Rhys. Du glaubst nicht, dass du mir den Schluck gegeben hast. Du glaubst nicht, dass ich Augustine hatte. Du glaubst nicht, dass ich Augustine hatte. Äh. Aber wir machen was anderes. Oh mein Gott. Ich bin so verrückt davon. Würdest du dich schon aufhörst? Ich hoffe, dass es viele andere Menschen auf Pandora gibt. Du kannst ihn beurteilen. Hm. Aber sie haben sie auch gar nicht das Gordi-Kore. Loder-Bot! Arme Anfänger oder was? Ich helfe. Ah ah ah! Oh nö! Waaat? Kommt, Leute. Du denkst nicht, ich würde hierher kommen. Bevor du eine Universale Remot gehst, hast du? Was? Gordi-Kore. Das Gordi-Kore. Das zwei Hats. Es ist ein Schuss. Alles führt zu einem Schraub. Wir haben es genug. Checkmate Amikos. Ich bin Scham. Oh, lot of birds. Was denkst du, Brees? Dass du was mit meiner Toilboxen aus dem Spielkopf kannst? Keine Stringen verbunden? Du kannst nie mit den Fremden folgen. Das ist dein Problem. Dein Payback ist ja schon ein Scheiß. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann. Aber du hast einen Fehler gemacht. Und wenn du das machst, ich bin da. Ja, sicher. Ich bringe Blutchen. Ja, du bringst Blutchen. Was? Oh. Was ist dein Gesicht? Genau, warum immer in die Sicht? Oh. Warte, warte, warte. Was ist das? Ich habe nicht das gemacht? Ja, genau. Ja, genau. Schock, andere Leute. Oh, ja. Ich wusste darüber. Ähm. Nicht die Kürze, August. Danke für die Hände. Jackass. Sie müssen das für uns machen. Du kooperieren. Äh, nein? Warum? Warum? Sitten wo? Oh. 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 Du schockst ihnen, wo sie stehen. Ah, das gefällt mir ganz und gar nicht, diese Situation, in der wir uns jetzt befinden. Ich habe nur ein Moment, dass du und Vaughn mich beeindruckt haben. Und das ist nicht oft passiert. Ich bin überrascht, dass du es so weit gemacht hast. Ja, ja. Hugo Vasquez. Hugo Vasquez. Es ist etwas, was ich daran erinnere. Was ist das? Wirklich? Es ist unglaublich. Ja, wir machen mal so. Meine Freunde sind da draußen. Okay, sie sind der Grund. Wir haben eigentlich... Oh, wir haben eigentlich eine gute Team gemacht. Oh, das ist süß. Und jetzt werden wir alle zusammen sterben. Ich glaube so. Bummer. Nur, wenn du Freunde gemacht hast. Ich meine, du denkst, dass du mich als selbst gemacht hast. Ich bin ein Mann, und für die größte Teil wäre richtig. Aber es gab diese Zeit, als ich auf die Seite sah, und ein Mann in speziell erinnere mich. Der größte Erinnerungsvolle Person. Der größte Erinnerungsvolle Person. Ich bin ein Mann. Und ein Jack. Die Idioten immer sagen mir. Ich kann mich noch nicht wissen, wer er ist. Wir hatten einen besonderen Rapport. Er würde diese Sache machen, wo er mich in die Gesicht, wenn er mich sehen würde. Es war nicht egal, ob er war. Er war immer Zeit für mich. Er hat immer Zeit für mich. Nein, noch nichts. Ich habe meine Mutter gebeten. Ich habe meine Mutter gebeten. Bumm, gleich in der Kuss. Ich habe mich aus einem Muck gebeten, als er mich eine Zeit hat. Ich liebe es dir, Vazquez, aber was du beschreibst, ist... Du verstehst es nicht. Du verstehst es nicht. Der Punkt ist, ich war sein. Oh Gott. Er dachte, wir waren exklusiv. Das ist liebbar. Ich habe mich in der Zeit verliebt. Ich habe mich in der Zeit verliebt. Es ist da. Es ist in der Zeit. Aber durch mich, das ist mein Leben. Es führt weiter. Wow. Autsch. Das müssen wir getan haben. So wie er gerade zusammen gesagt ist. Äh... Ja, wie hat er Vazquez... ...getroffen? No, he's not so bad. He's just... ...a little dumb. Valerie, the woman I work for. She's got a lot of contacts up on Hyperion. Vazquez being one of them. Problem is, we tried to cut her out of the deal. Mhm. Obviously that was a bad idea for a lot of reasons. The fact that the vault key was bullshit being first and foremost. Well, Valerie found out about it, so now we've got to convince her, that whatever comes out of this room is worth more than the $10 million deal, we tried to slip under her nose. Then hopefully she doesn't kill us all. Mhm. Yeah. She ever talked about me? Mhm. What? Sasha. Did she ever talk about me? Mhm. You guys are sisters. I figured we'd talk every now and then again. Nope. Not once. Huh. That's a little disappointing. Look, I just want you to know, as far as you and I are concerned, there's no hard feelings. That is so generous of you. I'll think about that when you shoot me in the back. Mhm. Come on, don't be like that. You're the one that hustled me, remember? Nö. An so was kann ich mich nicht erinnern, mein lieber August. Hey man, you see, is what I was trying to provide for you. Some guidance, some mentorship, a father for you. I was trying to help you. The janitor gig, it was to test your metal, your resolve. And I gotta say, you reacted with some balls, kid. Some big ol' balls. Seriously. I started at the bottom, and I worked my way up. I, uh... I used to be in the mailroom. Woah, wait a minute. Wallethead! That's where Jack found me. He used to be bald, and he was going through these hair implants and it would stick money to his head. It was hilarious. It was a long time ago. Ask him about it. He'll tell ya. Ask him about it. Go on, go on. List wallethead. Listen, uh... Wallethead. W... Wallethead? Yeah. So... I appreciate the advice. I, I do. But I'd much rather you take your two cents and shove them into your wallet that you have on the back of your head that you are ashamed of because you are a wallethead. I... I was trying to be nice to you. Oh, you are claw. Hmm? Ah! Ah! Let's get this over with. Oh... That's good. When I take your corpse back up to Helios, I'm gonna make sure they save me some of your skin to make a wall out of them. Whenever I see it, I'll remember the look on your face at this moment. Hmm. Ich glaube nicht. That's... Legitimately creepy. Ah, nur ein bisschen creepy. Nur ein bisschen creepy, so aus der Menschenhaut, ein Portemonnaie zu machen. Oh. Was das? Die Socke ist einfach... What? Äh... I can't tell you how much I'm looking forward to getting back. Okay, müssen wir eh machen. Äh... Oh! Hey! 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 I just... I just need some reassurance. That was just about the money and nothing else. The relationships have to be built on trust. I don't know if I can take Sasha back without it. How do you even start a conversation like that? At this point, I assume she's just embarrassed. You two should just talk. Clear the air, see where it gets you. Yeah, we should do that. Ein bisschen schmeicheln. Ein bisschen schmeicheln geht immer. So. Ach, Volvo sieht schon cool aus, den ein Orchester hat, ja? Geht er jetzt auch zu? Äh... Und... Ja... 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 Ja … Das ist glaub ich ne gute Sache, dass die beiden ausgesperrt sind. Oh, das ist auch sicherlich ne gute Sache. Oh! Aha! Was ist, was passiert jetzt? Was hat das jetzt zu heißen? Jetzt vereinen die sich nochmal, oder wie? Sieht danach aus. Wir arbeiten dran. Geh die Luft mit deinen Kapitern. Gortis-Unit bereit für Assemble. Wir haben es! Wir haben es! Ich glaube, das ist unser Kug. Probieren wir das ganze Ding mal aus. Ja, was muss ich machen? Ein bisschen Button. Achso, Push. Aber es ist schön, dass man leicht sich beide dann halt schiebt. Ah, jetzt, jetzt kommt Button Smashing. Okay, Button Smashing muss man wohl mit beiden, von beiden Seiten aus quasi machen. Ui, das ist auch ein heftiges Button Smashing. Das ist ja... Junge, 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 Junge. Okay. Und nun? Äh, was? Was ist das? Das ist ein Metallball. Hä, hä hä, hä hä, hä. Was wird das in einem Kug? Was wird das im Kug? Hm. Hm, vielleicht ist es zum Kug von Kug. Es sieht nicht aus als Kug von Kug, den ich gesehen habe. Oh bitte, das einzige Kug von Kug, den du gesehen hast, war der falsche, den du mir versuchten. Das ist wahr. Ja, ja. Okay, dann schnappen wir uns dieses Ding mal. Oh, das gehört doch von, wenn man sein Handy in der Hand hat. Oh, das ist ein guter Schein. Oh, das reicht doch, das reicht doch, sieht? Uh oh, nicht so gut, Wiese. Wie Sie? Aber nichts Problem, alles ist okay. Ja, ist ja gut, um aufzukloppen. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Drei! Was? Trust me. Back off! Whoa, 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 what's she doing? This isn't good, this is bad! Reese, Reesey! Hey, you gotta let me into your subsystems, man. I can hack into these drones and I can... almost guarantee no one dies. If you want them to, probably. Uh, just let me in. Okay, es ist eine Entscheidung. Oh, Gott. Trust me, trust me. Boah! Das ist ja mies, aber ich vertraue eher Fiona. Ich vertraue eher Fiona. Ich vertraue eher Fiona. Krass! Was? This is how you're saving us? Just throwing? No, I think it's supposed to explode. Whoa! Flashbang! Da hab ich gerade eine Episode vorbei? Das war jetzt mal der übelste... Ja! Episode vorbei! Haha, geiler Cut! Okay. First big high is so good! Okay. First big high is so good! Okay. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Warum? Wenn nur die beiden Sachen da behalten. Okay. Ui! Die meisten Spieler haben gesagt, also 75,7 Prozent, dass man resalven soll. Boah! Gerade mal die Hälfte haben die Medi-Van Brand genommen. Auch die meisten haben das Respekt bewahrt. 33,3 Prozent haben die mit Gift beschossen. Die meisten haben auch über Jack erzählt. Die wenigsten sind nach Old Haven gegangen? Okay. Und die meisten haben Brawn. Na ja, das ist klar. Und ein bisschen mehr wie die Hälfte er hat. Ähm, mit Fiona. It's definitely you know versus a friend. You think you know. Pick in the Alliance. Das ist jetzt Konsequences. Ja, das ist natürlich interessant, ja. Also haben wir jetzt die zweite Episode schon durch. War eigentlich auch ganz nett. Ähm. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der dritten Episode. Wie heißt die eigentlich? Mal kurz gucken. Äh. Catch a Ride. Oh Gott, das ist bestimmt Valerie, wa? Escape Plan Bravo. Und das ist The Vault of the Traveler. Okay. Oh, das sieht aus Fiona gegen Reese. So sieht das aus. Interessant. Aber danach. Ähm. Nächsten Part. Beginnen wir das dann mit Catch a Ride. Bis dahin, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch. Kommentar schreiben, wenn ihr Bock habt. Und natürlich im nächsten Mal entscheiden, wenn ihr dazu Bock habt. Bis dahin. Macht's gut. общем beltiler. Bis zum nächsten Mal.